Prokrastination, auch genannt Aufschieberitis. Ich denke, jeder von euch hat schon mal davon gehört. Immerhin geben 80 Prozent der Studierenden an, schon mal unter Prokrastination gelitten zu haben. Was ist jetzt aber eigentlich Prokrastination laut Definition? Prokrastination ist der absichtliche Aufschub einer unangenehmen Aufgabe, die aber unbedingt eigentlich erledigt werden muss. Ein Beispiel. Häufig sollten wir uns jetzt hinsetzen und beispielsweise Statistik lernen. Doch was machen wir? Wir fangen an, die Küche aufzuräumen. Das heißt, wir nehmen eigentlich eine wichtige Handlung, die geplant ist, schieben sie nach hinten und nehmen uns lieber diesen kurzfristigen Erfolg und wischen die Küche durch, wo wir den Erfolg gleich sehen. Und dabei vergessen wir leider die langfristigen negativen Konsequenzen. An sich gibt es zwei unterschiedliche Typen der Prokrastination. Einmal die Kick-Prokrastination und einmal die Angst-Prokrastination. Bei der Kick-Prokrastination ist es so, dass die Person ihre Handlung so lang aufschiebt, bis der Stress so groß wird, dass sie in die tiergerichtete Handlung übergeht. Bei der Angst-Prokrastination hingegen ist es eher so, dort werden diese Aufgaben aufgeschoben, weil die Angst vorhanden ist, die Aufgaben nicht meistern zu können. Jetzt stellt sich die Frage, welcher Prokrastinationstyp bist du? Prokrastination ist oft eine gewohnte Verhaltensweise. An sich sind gewohnte Verhaltensweisen super praktisch, denn sie laufen automatisiert ab, da sie wenig Aufmerksamkeit benötigen. Doch wie entstehen diese gewohnten Verhaltensweisen? Gewohnheiten können auch schlecht sein, das heißt dysfunktional. Und sie starten immer in einer Situation bzw. mit einem Reiz. Stellt euch vor, ihr sitzt in der BIP und lernt gerade. Ihr steht gerade vor einer enorm schwierigen Aufgabe und kommt nicht weiter. Das heißt, ihr seid eventuell frustriert. Viele Studis sind in dieser Situation und nehmen dann ihr Handy, um aus dieser Situation rauszukommen. Es wird Instagram gecheckt und während man Instagram checkt, merkt man, okay, die Situation will wieder spannender. Das heißt, ihr habt dann plötzlich eine positive Emotion und verstärkt damit eure Reaktion vorher, das heißt das Handy, herausholen. Und wenn ihr das Ganze, diesen Kreislauf immer wieder durchmacht, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Jedes Mal, wenn ihr frustriert seid in der Lernphase, holt ihr euer Handy heraus, schaut auf Instagram, habt eine positive Emotion und das Ganze ist wie ein Kreislauf. Dysfunktionale Gewohnheiten können auch verändert werden. Dazu beobachtet ihr euch erstmal, was ihr macht in dieser dysfunktionalen Gewohnheit, das heißt euer Handy rausholen. Dann bewertet ihr, okay, jetzt habe ich mein Handy rausgeholt, aber ist das überhaupt für mein langfristiges Ziel förderlich? Im nächsten Schritt schaut ihr an, warum holt ihr eigentlich immer wieder euer Handy raus? Der Grund dafür könnte unter anderem sein, die Frustration. Hierzu ist dann der vierte Schritt notwendig, dass ihr sagt, okay, was kann ich denn machen, wenn ich frustriert bin während dem Lernen? Dass ich nicht mein Handy raushole, sondern ein eher zielförderliches Verhalten zeige. Ein Beispiel wäre, dass ihr kurz aufsteht, euch schüttelt und wieder hinsetzt und weiterlernt. Wichtig für den Aufbau funktioneller Gewohnheiten ist die Aktivierung des Belohnungssystems. Wir haben uns ja gerade eben angeschaut, okay, unser Knackpunkt ist vielleicht die Frustration. Jetzt haben wir uns auch überlegt, okay, wenn ich frustriert bin, dann zeige ich die Reaktion, dass ich aufstehe, schüttel mich kurz, bewege mich kurz und merke dann, ja, jetzt geht es mir besser, ich kann wieder weiter lernen. Die Konsequenz. Zusätzlich, um das Ganze zu einer Gewohnheit werden zu lassen, können wir jetzt eben noch Belohnungen mit einbauen. Das heißt, okay, ich überlege mir vielleicht vorher, wenn ich jetzt heute am Vormittag nicht einmal zu meinem Handy greife, während ich frustriert bin, dann gönne ich mir am Abend etwas. Vielleicht koche ich mir meine Lieblingsspeise oder ähnliches. Und so kann ich durch diese zusätzliche Belohnung funktionale Gewohnheiten aufbauen. Nun überlege für dich, wie könnte deine individuelle Belohnung aussehen? Vielleicht ein Spaziergang im Wald oder ein Picknick mit Freunden am See oder einfach nur gemütlich auf der Couch mit deinem Lieblingsfilm. Ähnlich zum Aufstieg zum Gipfel kann es sehr hilfreich sein, sich eben vorzustellen, wie fühle ich mich, wenn ich den Gipfel erreicht habe? Was spüre ich dabei? Welche positiven Emotionen gehen da durch meinen Körper durch? Und das umgemünzt auf die Klausurenphase bedeutet eben, hey, okay, ich lerne jetzt gerade, um die Klausur zu schaffen, um die Klausur zu schreiben. Und jetzt stelle ich mir aber beim Lernen schon vor, wie geht es mir, wenn ich die Klausur geschafft habe? Und dieses Hervorhören dieser positiven Emotion kann einen unheimlichen Motivationsfaktor darstellen, um dabei zu bleiben und dran zu bleiben und weiter zu lernen und eben nicht aufs Handy zu schauen. Und somit kann ich eine funktionale Gewohnheit aufbauen.